Ja, das ist gut. Das ist echt gut. Kann ich? Kann ich? Du bist schon drauf? Ja, du kannst. Du bist drauf. Ich habe die Kamera laufen. Oh. Okay, wo muss ich? Wo muss ich? Vor dir. Einfach vor dir. Wie? Vor mir? Da? Da? Nee. Ah. Okay, okay. Ich fang an. Ja, fang an bitte. Wir haben nicht ewig Zeit. Ich muss noch andere Videos machen. Also hier. Hey. Hey du. Hey Slane. Slane. Ja, du. Genau dich meine ich. Slane McGrath. Genau. Dieses Video. Diese Botschaft ist für dich. Oh, Uco. Mach es doch nicht so spannend. Sag doch einfach, was du möchtest. Wir waren heute Morgen Brandschatzen. Und guck mal. Guck mal. Hier. Hier. Guck mal. Moment. Ich muss ins Bild halten. Ja, hier. Komm. Mach. 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 Mach doch. Mach schon. Ja, hier. Hier. Da. Sieh dir das an, Slane. Viele Dukaten. Das ist Spielgeld. Das ist Spielgeld. Das ist Spielgeld. Guck. Da ist sogar ein Etikett hinten dran. Das ist Spielgeld. Egal. Das weiß der doch nicht. Pack's ihm rein. Pack's ihm rein. Los. Los. Pack's ihm rein. Ja, ich pack's ihm rein. Oh Gott. Ja, ja. Der Slane ist aus dem Norden. Drogen. An der rauen See. Das sind alles Piraten. Die lieben Geld. Fisch und Chips. Und Schätze. Hier, hier. Schau's dir an. Die Schätze. So, so gut. Ja, so ist es gut. Ja, ja. Hallo Slane. Hier ist der Rupi. Also, sorry. Uko. Naja. Der Typ ist seltsam. Tickt ein bisschen anders als andere Leute. Aber egal. Wir waren heute Morgen ein bisschen einkaufen. Uko wollte unbedingt mitkommen. Und, äh, ja. Was soll ich sagen? Wir haben eingekauft. Er nennt es Brandschatzen und Rauben. Aber er muss den ganzen Scheiß auch nicht bezahlen. Ich hab's übernommen. Also von dem her. Ganz egal. Also, hier. Slane. Ich pack dir heute ein Paket. Es sind diverse Dinge drin. Ein paar sinnvolle Geschichten. Und der ganze andere Scheiß, der geht aufs Konto von Uko. Ja, Uko. Uko hat Geschmack. Die guten Sachen kommen von Uko. Und, wie du weißt, haben wir hier einige Monster gejagt. Ja, Monster. Aber unsere Käfige sind leider alle voll. Ah, der da hinten auch. Die restlichen, die restlichen schicken wir einfach zu dir. Ganz hoch in den Norden. Dann plagt ihr euch doch damit rum. Rupi, hast du sie schon eingepackt? Ja, ich bin dabei. Komm, pack sie ein. Mach schneller, pack sie ein. Ja, ich mach, ja. Komm, tust rein. Mehr, noch mehr, noch ein paar mehr. Sollen die sich doch mit rumplagen da oben. Oh, Uko, echt? Mein Lackai. Ein bisschen dümmlich. Aber er macht gute Videos. Geht er zumindest. So, und ich werde ihn jetzt noch ein bisschen beschäftigen. So, also, die Monster habe ich eingepackt. Und auch eine Geschichte dazu. Uko, was kommt von dir noch? Hier, nimm mal diese magisch klebenden Zettel. Okay, das heißt Haftnotizen. Egal, kenne ich nichts. Dann habe ich hier noch ein Schreibgerät. Aha, okay. Ja, schön. Was soll ich da jetzt damit? Na, dann schreibe. Ich bin des Schreibens nicht mächtig. Dafür einer großen Klappe. Das muss ich ja schon sagen. Also, was soll ich schreiben? Schreibe mal für echte Seemänner. Für echte Seemänner? Ja, echte Seemänner. Okay. Also, hier. Für echte Seemänner. So, und was mache ich jetzt damit? Mach's ab. Wie? Los, mach's ab. Okay, ich mach's ab. Und wo muss ich jetzt drauf? Gib's mir, ich mach's drauf. Okay, bitteschön. So, schreib noch was. Was? Für Piraten. Für echte Piraten. Piraten. Okay, ich frag schon gar nicht mehr nach. Ich schreibe für echte Piraten. So, mit Ausrufezeichen. Ist das gut? Ja, gut. Ja, gut, gib's rüber. Also, bitteschön. Soll ich noch was? Ja, schreib noch für, für Dings. Na, wie heißt das? Ich weiß nicht, was du meinst, Uko. Na, bei uns nennt man das Baden. Baden? Baden. Ja, Baden, das war, das war, das war, das war, das war, zu deiner Zeit waren das hier Nachrichtenübermittler. Nein, nicht Nachrichtenübermittler. Die hatten immer so Dinger dabei, mit denen wir sie erschlagen haben. Du meinst Lauten, so alte Gitarren. Ja, genau. Wir haben immer die Seiten gebraucht, um Gegner zu erwürgen. Also, auf Neudeutsch, du meinst Musiker. Ja, Musiker, aber die harten, die ganz, ganz harten. Die harten Musiker? Ja, ihr habt da so einen Begriff. Ja, harte Musik, das ist Heavy Metal, oder, 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 nenn es einfach Rock'n'Roll. Genau, schreib das für echte Rock'n'Roller. Oh Gott, das wird ein Video. Also, ich schreib hier für echte, knallharte Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Okay, und ich unterstreich's auch noch. Ich hab zwar keine Ahnung, was du damit machen willst, aber hier, bitteschön. Sehr gut, sehr gut. Und dann hab ich hier noch getrocknete Monster-Arme. Was hast du? Getrocknete Monster-Arme. Was sind getrocknete Monster-Arme? Dünne, lange, stinkige Dinger. Uko, hallo. Sag's doch so, dass ich's verstehe. Na, ich hab hier was für seinen haarigen Kumpel. Du meinst für seinen Hund. Oder auch so. Na, dann schreib ich doch, dann schreib ich doch einfach für Walter. Ist das okay? Ja, ist okay. Schreib das. Schreib's. Komm, schreib's. Also, dann schreib ich hier noch für Walter. Walter, so, und damit man das auch richtig versteht, mach ich hier noch einen kleinen Knochen hin. So, also, sind wir dann fertig? Bitteschön. Ja, wir haben's, wir haben's, wir sind fertig. Jetzt mach weiter, mach schnell, mach hin, Mensch. Ja, wer braucht denn die ganze Zeit so lang? Du oder ich? Also, ich bin's nicht. Hier, Lackhai, Rupi. Für deine Dienste. Was ist das? Eine Gold-Dublone. Uco, das ist kein Gold, das ist, das ist Essgeld, das ist Spielzeuggeld. Das ist was Süßes. Zudem mal ganz ehrlich, wären das nur 50 Cent. Egal. Pferden gibt man auch was Süßes zur Belohnung, wenn man zufrieden ist. Ja, Pferden, was soll das heißen, Pferden? Ich bin doch kein Gaul. Nein. Aber du hast Zähne voll im Ackergaul. Ja, Leute, seht ihr, so geht's mir. So geht's mir. Ja, ist doch zum Kotzen echt. Lach den Gaul. Lach den Gaul. Ich weiß mich, ich weh, lach den Gaul. Uco. Hä, was? Bitte? Ich meine, ich freue mich, dass du dich so amüsierst. Wirklich. Nett. Aber hast du bitteschön auch schon die Ringe eingepackt? Die Ringe. Mein Ring. Mein Schatz. Lieber Uko, es ist nicht nur ein Ring, es sind viele Ringe. Ja, viele Ringe. Und es hat auch nichts mit einem gewissen Film zu tun. Trotzdem, mein Schatz. Uko, ganz ehrlich, die Ringe sind so groß, dass sie über dich drüber passen würden. Große Ringe. Große Ringe. Ja. Hast du nun eingepackt, ja oder nein? Ja, ich hab sie eingepackt. Spielverderber. Uko, ich bin kein Spielverderber. Wir haben jetzt echt keine Zeit und müssen jetzt zum Ende kommen. Ja, okay. Und hast schon deinen Brei gegessen wegen den Verdauungsstörungen? Ihr müsst wissen, Uko hat Verdauungsstörungen. Sein Magen drückt öfters. Und die Geräusche, Leute, die Geräusche. Oh. Äh, äh, ich, äh, ich muss weg. So, also, und, ja, also, Slane hier, das ist dein Karton. Noch nicht ganz zugepackt, ein paar Sachen muss ich noch reintun. Und, äh, ja, wie schon gesagt, es kommen ein paar richtig üble Monster auf dich zu. Du weißt Bescheid. Es sind noch ein paar, ja, extrem schräge Dinge von Uko drin. Eine Kleinigkeit für den Walter. Und auch noch was Nettes für dich und dein Schnuckelchen. So, und ich mach jetzt das Päckchen noch vollends fertig. Und schick's los. Es wird also irgendwann diese Woche beide ankommen. Und viel Spaß beim Auspacken. Krieg keinen Nervenzusammenbruch. Heftiger Inhalt. Aber mit Sicherheit auch einiges, was dir vielleicht ein bisschen Spaß macht. Alles klar, das war's von mir. Und mir. Ja, also, viel Spaß damit. Und tschüss, bis demnächst. Viele Grüße vom Rupi und von Uko. Ja, also, viel Spaß damit.